Die Geschichte unserer Familie beginnt weit vor unserer Geburt. Aber auch diese Vergangenheit prägt uns, häufig unbewusst. Was weißt du über die Geschichte deiner Familie? Was weißt du über die wichtigen Lebensereignisse deiner Eltern, deiner Großeltern und deiner Urgroßeltern? In vielen Familien gibt es Geheimnisse. Es gibt Themen, über die nicht gerne gesprochen wird. Oder auch solche, die mit einem Tabu belegt sind. Manchmal ist es sogar nur ein bestimmter Ausschnitt der Familiengeschichte, über den gesprochen werden darf. Kannst du dich an Gespräche erinnern, in denen es um die Zeit des Nationalsozialismus ging? Und manchmal merkt man als Kind, wo man lieber nicht nachfragen sollte. In einigen Situationen bleibt nur ein diffuses Gefühl. Was würdest du gerne wissen, über das bisher nicht gesprochen wurde?